moin freunde und willkommen zurück auf meinem kanal aufmerksame zuschauer werden schon wissen was passiert wenn eines dieser schwarzen säckchen bei mir auf dem tisch liegt nein dann kommen keine juwelen zum vorschein sondern in der regel handelt handelt es sich dann um etwas aus österreich vom lieben nikki aka kobanang in diesem fall handelt es sich um einen stift ich habe ja vom nikki wunderschöne wunderschöne stifte gezeigt ich hoffe auch dass der ein oder andere von euch so viel gefallen daran gefunden hat dass er mit dem nikki auch mal kontakt aufgenommen hat und sich für eventuell für so ein schreibgerät entschieden hat ich kann sie wirklich nur wärmstens empfehlen ich habe vor uhrzeiten als ich mit nikki schon schon recht früh mal kontakt hatte da hat er mir mal einen seiner pens in acryl geschenkt diesen stift habe ich am letzten wochenende weiter verschenkt und zwar an jemanden der selber beim nikki einen stift bestellt hatte und dieser stift dieser bestellte stift befindet sich jetzt hier in diesem säckchen das heißt um dem wartenden seine wartezeit ein wenig zu verkürzen und zu versüßen habe ich ihn schon mit einem stift von nikki versorgt das war nicht weil ich diesen stift unbedingt loswerden wollte sondern weil derjenige einfach diese aufmerksamkeit verdient hatte so die stifte sind in der regel aus bronze aus messing aus acryl hin und wieder auch aus kupfer ihr könnt im grunde mitbestimmen welche materialien ihr verwendet haben wollt nikki hat neulich auch traumhaft schöne stifte gemacht aus damast titan ist möglich sprecht ihn an sprecht die modalitäten ab es gibt im grunde nicht viel was nicht geht ich weiß dass er auch schon stifte aus thameskes gemacht hat da habe ich mich aber gar nicht getraut weiter nachzufragen weil die preislich soweit außerhalb meiner möglichkeiten liegen dass ich da gar kein interesse bekunden wollte allerdings gibt es mit zirkonium noch ein material das etwas exklusiver etwas etwas seltener im markt vorkommt als das herkömmliche titan und für dieses material hatte sich der baldige empfänger dieses stiftes entschieden der nikki hat dann material bestellt und hat im grunde nach unseren wünschen bzw nach den wünschen des künftigen besitzers diesen stift angefertigt er ist komplett aus zirkonium natürlich zweiteilig mit kappe zum aufdrehen hinten aufsetzen gewinde sind wunderbar geschnitten das zirkonium hat ein oil slick finish bekommen wunderschöne ganz leichte grooves vorne für einen besseren grip die handlage des stifts ist ganz hervorragend die spitze selbstverständlich auch aus zirkonium wie bei meinem bronzer stift ich finde diesen kontrast von dem oil slick zirkonium zu dem bronze was dann mit und mit eine patina ansetzt finde ich wunderschön spitze ist natürlich verschraubt wie sollte es anders sein recht langes gewinde und darunter noch von der feder gestützt haben wir die schneider slider mine mit den mit den slider mine finde ich kann man ganz hervorragend schreiben es gibt da verschiedene ansätze verschiedene philosophien jeder hat da im grunde seine favoriten mit denen er ganz gerne schreibt ich habe mich an den slider sehr gerne gewöhnt ich schreibe sehr gerne damit macht wirklich spaß gleitet schön der tinten auftrag aufs papier ist ganz prima von daher ist das schon eine gute wahl ja jetzt versuche ich mal mit ein bisschen licht noch hier die farben dieses dieses leicht grünlich bläuliche mit so einem ganz leichten schimmer ins ins violette über das licht noch ein bisschen raus zu kitzeln aber ich sehe schon das will nicht so wirklich gelingen glaubt mir einfach in realität ist die farbe dieses zirkonium stifts noch mal viel viel schöner als das hier über die kamera rüberkommt wir haben hinten ein wunderbares nahling wunderschönes pattern reingefräst fast wie so ein ganz feines ananas pineapple pattern der grip ist ganz hervorragend also den nicht zu packen zu kriegen ist so gut wie ausgeschlossen kurzes gewinde hinten kurzes gewinde vorne das ist im grunde eine umdrehung dass der stift offen oder zu kappe sitzt ganz hervorragend schließt gut ab stift ist wunderschön das gewicht ist nicht allzu hoch gucken wir mal vergleichen wir die mal eben starten wir zuerst mal mit dem kleinen biest hier der liegt bei knapp 84 gramm möchte aber weg rollen und der stift aus zirkonium 55,5 55,6 also fast 30 gramm leichter das ist schon wirklich eine ansage der ist also immer noch recht schwer würde ich sagen also es ist definitiv kein leichtes schreibgerät allerdings ist das eine gewichtsklasse mit der man ganz ganz hervorragend zurecht kommen mit der man wunderbar schreiben kann wo ich auch sage selbst wenn ich da mal länger schreibe fängt dieser stift nicht durch das gewicht an irgendwie störend zu sein ja ich möchte an der stelle ganz einfach mal dem empfänger danken dass ich diesen stift noch zu mir umgeleitet bekam dass ich ihn hier mal zeigen kann man in die kamera halten kann ich möchte dem nikki danken für die tolle umsetzung für den tollen kontakt das hat wirklich spaß gemacht mit ihr dieses projekt anzugehen ich bin froh dass ich beteiligt war dass ich die möglichkeit dadurch hatte diesen stift mal in die finger zu bekommen ist ja doch was außergewöhnlich ist so ein stift komplett aus zirkonium ja einfach ein tolles tolles teil ich werde mich jetzt darum kümmern dass dieser stift weitergeleitet wird das video wird gleichzeitig für den künftigen besitzer auch eine überraschung sein ich habe ihm noch gar nicht geschrieben dass der stift gestern bei mir angekommen ist also gestern als ich von arbeit gekommen bin lag der briefumschlag auf meinem briefkasten die nachbarn hatten so lang genommen ja breites grinsen deshalb auch der plan das video heute zu machen und auch heute noch hochzuladen am karnevalssonntag ja ich hoffe du freust dich drüber das teil ist auf jeden fall eine bombe freut dich drauf also das ist ein richtig richtig guter stift ja euch allen vielen dank fürs zuschauen ich wünsche euch einen wunderschönen tag und wunderschönen abend schöne karnevals tage noch falls ihr karnevalisten seid und ansonsten sage ich wie immer wir sehen hören und lesen uns schon bald wieder bis dahin bye-bye